Wie viel Uhr haben wir? 10 Uhr. Mitten in Holland. Erst mal was zum Frühstücken besorgen. Haben wir gestern irgendwie keinen Bock mehr drauf. Gehört auch dazu. Ja, ich bin heute Morgen mit meinem Bruder schon mal eine Runde einkaufen gewesen, um was zum Frühstücken zu haben, wie ihr schon gesehen habt. Ja, mein Bruder ist mit den beiden Kleinen schon rüber in den Park gegangen, aber... Ist alles für Kinder. Ist alles für Kinder, das ist nicht so geil. Deswegen sind Nico und ich hier, hören ein bisschen Musik, räumen noch was auf und hängen einfach mal rum. Ja, wir laufen hier gleich mal eine Runde rum, gucken mal, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt und da nehme ich euch auch einfach mal mit. Wir sind einfach mal in den Wald gelaufen und jetzt haben wir da ein Gebäude gefunden. Vielleicht kann man da ja rein. Oder zumindest mal gucken gehen. So, ich ziehe es meinem Bruder auch in eine Runde Tischtennis ab. Hoffentlich. So, ich ziehe es meinem Bruder auch in eine Runde Tischtennis ab. Hoffentlich. Und dann spielen wir gleich noch mal eine Karten oder so. Auf jeden Fall haben wir schon einiges gemacht, sind eben noch im Wald unterwegs gewesen und ja, jetzt geht's los. Eins gewonnen, eins verloren. Der Sack hält einfach mit wegen dieser scheiß Platte. Mittlerweile nächsten Morgen. Ich habe vergessen, den Ende oder so aufzunehmen. Ich schneide hier gerade das Video. Wir haben gestern Abend noch ein Exit-Game gespielt, wie ihr gesehen habt. Ja, ich bin jetzt einfach nur noch aufgestanden, um das Video zu schneiden. Bei Nico geht gerade der Wecker. Ja, relativ kurzer Vlog, aber dem nächsten werden eventuell was länger. Ist halt nicht so viel passiert, deswegen war das gut. Ich sage, hi, bis morgen oder wann auch immer ihr Video guckt und ciao. Bis bald. Tschüss. 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 Willst du unsere Liebe? Hop kosisch auf! Tschüss. 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 sociais-